genau ihre schwester ist gott sei dank mit dabei weil die nämlich deutsch spricht ist das denn der erste besuch für marie und ihre pferde hier in beim fest der pferde und es gefällt ihnen gut ja super super erzählen sie uns ein bisschen was woher sie kommen sie hat das zwei jahre gemacht und dann hat sie ihre ecurie ist also ein reitstelle gemacht hier in elsaß weil sie war sehr weit von die familie und ist dann wieder zurückgekommen zu herr baldeck ja und erzählen sie uns ein bisschen was über das pferd über radja in allemand nein in französisch in französisch es ist ein schweig hat 16 ans er hat 16 ans er hat mit meiner sœur er hat 8 ans und dann hat 8 ans wir progresse zusammen und dann sind wir bis zu 1,50 m und dann ist es super also soll ich sagen also wir haben radja gekauft vor acht Jahren und sie hat schon sehr hoch gesprungen 1,50 m er hat sich er hat sich er hat sich Sie ist sehr zufrieden von diesem Pferd, also es ist ein 16-jähriges Alppferd, aber er gibt wirklich alles. Also diese acht Jahre zusammen, man weiß jetzt, dass die zwei dieses Kupfer ganz gut. Ja, thank you very much. Vielen Dank.